Moin Moin, mein Name ist Heinrich Terlöwe, wir spielen Battlefleet Gothic Armada mit der imperialen Armee, mit den Menschen. So, Akripina. Und eigentlich gut in Überzahl, oder? 400, ja komm, machen wir mal Autoschlacht. Ja, haben die keine Chance. Alter, wir haben aber Verluste hier. Das ist jetzt doof gelaufen. Nochmal zwei Runden warten. Weil hier kommt ja das Chaos, dann können wir hier ein bisschen reparieren. Verbrinken das System hier so 24. Okay. Zug beenden, aber sind wir schon bei Stufe 3. Ach ja, das kommt ja auch noch was, Mensch. Wollte gerade sagen, bin ich blau? Aber klar, ich bin blau. Also nicht so blau. Du wirst schon, wie ich das meine. So, das heißt, ja. Wir müssen da die Schlacht schlagen. Ich hoffe, hier die Necrons machen mal mit, ne. Wo kommen die anderen, die andere Flotte? Wo war das? Da hinten. Vier Züge. Habe ich da irgendwie ein Schiff? Ne, überhaupt nichts. Hm. War hier noch irgendwie eine Flotte? Habe ich alle nach unten verzogen? Zwei, vier Stück haben wir. Stimmt. Ich habe sie alle noch unten. Ah, nee, hier war. Hahaha. Da haben wir eine. Die Space Marines. Gut, dann schicke ich die Space Marines halt rüber. Nein, falsch. So, können wir hier noch irgendwas upgraden? Was uns vielleicht Geld bringt. Ich brauche Money. Money, Money, Money. Haut mich hier nicht um. Was sind das für Scheißplaneten, ey? Das interessiert mich Agrar. Ich brauche hier Geld, Mensch. Strafkolonie. Könnte man auch machen, um diese Bedrohungsgedöns dazu runterzupacken. Hier. Ressourcen. 20 mehr. Ist ja der Hammer. Wow. Aber sowas brauchen wir auf jeden Fall. Gut, die Space Marines werden dann halt das System, ich bin mir gerade nicht sicher. Genau, das System sichern. Hier warten wir nochmal, bis die Negrons, die, das Chaos schwächt. Die Zeit kann dann halt die Flotte nutzen. Oder die Flotte brauchen wir nicht komplett. Du kannst da mal den Laden dicht halten. Vielleicht kommen wir da noch die Eldari-Katze. Du machst einen schönen Katzenbuckel. Ich wünsche dir auch noch einen schönen Tag. Ich verstehe einmal die Katzen. Die kommt hier hoch, stellt sie vor mir, macht einen Katzenbuckel, geht mir ins Gesicht, riecht ich schön ihren Katzenmundgeruch. Dann geht sie wieder in ihre Schublade. Na, wir haben so eine Schublade zwischen den beiden Arbeitsplätzen, wo halt eine Decke drin ist, das ist ihre Katzenschublade. Und da legt sie sich erstmal hin. Äh, versteht einer mal die Katzen, ey. So, immer noch nicht repariert. Ich warte echt noch eine Runde. Das sind dann... Das muss reichen, komm, den Zug beenden. Warte, mir fällt gerade was ein. Nein, da war noch eine Mission. Ja, pack dir da noch eine dicke Raumstation hin. Ach nee, da kriegt noch eine Flotte. So, er springt da rüber. Oh, nur die Hälfte verloren. Ne, Krons, was habt ihr da gemacht? Idioten. Warte mal, warte mal. Oh, da könnte man wieder was aufleveln. Wer kommt dann da runter? Wenn wir vielleicht erst diese Einheit töten, dann könnten wir hier vielleicht noch ein Schiff reinpacken. Für die Mission, die dann stattfinden wird. Wartet mal. Musch! Oh, du Aufmerksamkeitskatze. Du, was machst... Oh. Du ziehst dir das Mikro hinterher. Komm mal her, Musch. Komm mal her. Hm? Komm mal her. Oh, Katze. Nimm deinen Arm mal hoch. Ja, sie hat mal gehört. Mann, oh Mann. Also, das Headset von Mathilde, das Kabel beugte sich so runter und die Katze hat sich das unterm Arm langgezogen und dann fast das Headset runtergeworfen. Oh, diese Katze. Mann, oh Mann, oh Mann. Leg dich doch mal in Ruhe hin und penne. Wir müssen hier das Chaos besiegen. Jetzt kommt die wieder. Du willst mich heute verarschen. Spoh. Ja, wenn du da sitzen bleibst, ist es okay. Ich sitze jetzt auf meinem Mauspad und gucke mich an. Okay. Damit kann ich leben. Gucke mich an. So, ähm, hier bekämpfen wir erstmal das Chaos. Ich glaube, es sollte kein Problem sein. Ich mache jetzt aber eine richtige Schlacht, weil ich habe keinen Bock auf wieder so Verluste. Verluste nicht, die haben mir einfach mein Schiff beschädigt. Da habe ich keinen Bock drauf. Wird eine kurze Schlacht. Und dann mal gucken, was diese Mission wird. Ne? Und was sagst du? Admiralin Musch? Hm? Mir aus auch gar nicht, ne? So, Musch. Guck da hin. Da kommt unsere Flotte. Hm? Für den Imperator? Katze? Hm? Ja, ich weiß. Du bist mein Imperator, ne? Meine Imperatorin. Ich kämpfe für dich, Katze. Für dein Katzenfutter. So, dann ist es so eine tolle Mission, wo gleich das Chaos wahrscheinlich dann zwei Einheiten schon mal hat. Oder zwei Punkte eingenommen hat. So, ich sage mal Start. Und Energie. Dasselbe machen wir da. Energie. Oh, du bist zu schnell süßer. Komm zurück. Haha, scheiße. Und da machen wir auch mal. Gleich zwei Punkte. Hier wird gekämpft. Oh. Vier Signale. Ein bisschen langsamer, mein Freund. Wollen ja hier im Verbund fliegen, ja, ne? Oder... Wollen ja nicht hier einfach, ähm... Wollen vorstoßen. Macht ja keinen Sinn. Oh, jetzt kannst du die planen. Genau. Ihr seid mal eine Eins. Und das ist meine Zwei. Du bist mein Perrein. Perrein. Waffen nach vorne. Na, du bist zwar einfach zu nah. Reloading. Enemy sighted. Dein Schutzschild. Dreh backen. Dreh dich weg da. Cruising speed set. Enemy sighted. So, alle waren da drauf. Ship ready. Die kriegst du nicht geschissen, ne? Enter-Mannschaften raus. Raus. Oh, das war der falsche Button. Ich wollte eigentlich ein Bombergeschwader raus. Das war gerade leider die falsche Taste. Das waren Torpedos. Ja, guck mal hier. So. Los, gib Gas. Ey, ne Fallgeratte. Freundverwaffnung, Feuer. Ah, fliegt da vielleicht auch noch rein. Oh, der Kreuz, der Kreuz, ne schade. Ihr habt 25% gegründet. Wir sind auf dem Feuer. Schick da nochmal die Bomber hin. Nicht in Reichweite, oh! Wir müssen näher ran. Feuer! Ja! Machinespirit kapiert! Your orders? Engaging engines! Hallo, wo ist du hinterher, da? Boah, was für eine Breitseite, ey! Moiterei! Ach, scheiße! Ich bin doch noch ein Schläfer, ey! Ich wundere mich, warum die so scheiße sind! Autofeuer ist aus! Mann, ey! Wie kann man sowas vergessen? Äh, wo ist das andere Schiff? Schiff bereit! Eigentlich solltest du... Na, repariere dich mal. Schiff bereit! Schiff bereit! Engaging! Für die Omnisire! Sie haben 50% von strategischen Punkte veröffentlicht. Der Generator zerstört. Ah, wir haben auch Zug-Gig-Schaden genommen. Oh, wo bist du? Nein! Ah. So, haben wir den auch. Ah, sollst du mal reparieren, glaube ich. Automatisches Schießen ausschalten. Wohl, haben wir da einen Flinken. Wir sind bereit, zu servieren. Guck mal, nie mehr. Okay, das war eine doofe Idee. Ach, ey. Das kannst du keinem erzählen. Das war gerade so blöd. Komm. Alter, das kannst du keinem erzählen. Heinrich, ey. Was machst du für eine Scheiße? Ich hätte doch Autoschlacht nehmen sollen, glaube ich. So. Die großen Pötte. Einer hat doch hier Party-Spaß. Zeitliche Bewaffnung. Liste was drehen. Schicken wir mal ein paar Torpedos drauf. Oh, so ist das Problem jetzt aber jetzt langsam da, ne? Geschichte sein. Schicken wir mal Bombergeschwader drauf. Ein dummer Sieg ist das. Also ich glaube, mit dieser Schlacht wäre das doch eine automatische Schlacht gewesen. Da wäre ich besser gewesen, also. Da habe ich mich jetzt echt nicht mit rumbekleckert. Gott sei Dank haben wir uns jetzt hier nicht mit rumbekleckert, sondern ich habe mich jetzt hier eingespielt. Sagen wir es mal so. Mit der Runde. Ich weiß jetzt wieder, wie ich spielen muss. Hoffe ich. Ach, ey. Die Reparatur kostet mir nicht. Wenn ich jetzt wirklich diese Runde das machen will. Lass mich raten. 100 Taler oder so. Erstmal das Schiff ist fast im Arsch und dann noch fast keine Besatzung mehr. Ey, das war echt doof. So. Was kostet das denn? 60? Ich mache das einfach. Ich mache auch das. So, dann du. Komm nochmal runter. Damit wir es nicht vergessen. Wo sind meine Space Marines? So, das heißt. Das ist 445 mit dem Vorteil der Waffenplattform. Das sollte doch klappen. Wir kämpfen gegen was überhaupt? Das ist Chaos. Ich hoffe, dass es kein dickes Schiff dabei ist, du. Haben wir noch die Möglichkeit, hier was zu rekrutieren? Neues Schiff. Aber ich habe kein Geld. Komm. Hat sie schon gegessen. Ja. Und hier geht es jetzt los. Ich weiß nicht, ob das reicht. Ob ich hier doch vielleicht die Space... Ach komm, ne. Das muss reichen, ey. Wir haben da 1000 Punkte. Wir haben lange genug gewartet. Also wir müssen das hier mal beenden. Ich muss trotzdem schnell speichern. Und los. Ach. Unbekannt. Wir haben eine leichte Reserve. 200. Ach. 300 Punkte. Dreier paar zerquetschte. Reserve. Bitte, lass es eine einfache Mission sein. Ohne irgendwas Großes. Das ist jetzt so eine große Raumstation, wie da, die gerade runter geht, krachen geht. Hätte ich jetzt keinen Bock. Jetzt fass ich ihn mit dem Kurschreiber. Wir haben die Battlestation in sight, Admiral. Just where Lord High Admiral Drang said it would be. But... Die Defensers? Das kann nicht richtig sein. Ich brauche Daten, Commodore. Nicht Panik. Sorry, Herr. Drang hat die Defensers vorgelegt, aber es ist eine ganze Armada waiting für uns. Confirmed, Admiral. All Specs Arrays reporten full und akkurate Funktion. Sie wurden bemerkt. Es kann keine andere Erklärung sein. Es scheint, dass wir eine Kampf auf unserer Hand haben. Ganz schön viele Deckung hier auf der Map. Zerstören Sie die Chaosraumstation. Leck mich doch. Zerstören Sie jedes Schiff der Chaosstreitkräfte. Verjagen Sie sie. Okay. Und was denkt ihr, wer ich bin? Ich bin hier nicht der Weihnachtsmann. Raumstation wird bestimmt... Maus, komm mal her. Hier oder hier oder hier sein. Ich überlege, ob wir uns da irgendwie ranschleichen können. Weil hier durch das Asteroidenfeld habe ich keinen Bock. Lieber das Feld da vorne. Warum kommen da alle meine Schiffe rein? Ja, so ist schon mal falsch rum. Habt ihr irgendwie doof gemacht? Wird ein bisschen eng. Da. Dann. Attacke. Ach, die steht hier schon. Ah, die haben hier außen noch Verteidigungsplattformen. Das wäre doch von hier super. Das heißt, von dem Nebel zu dem Nebel und dann... Überraschung, hier sind wir. Das machen wir. Telemetrie indikiert, dass eine Solare Eruption unterwegs ist, Admiral. It will reach our location in approximately one minute. Was? It will strip our void shields. Not just ours. Magos, is there anywhere we can seek cover? There is a high probability that the asteroid or the gas cloud will provide the protection we seek. What? Sonneneru... Was? Sonneneruptionen stoßen Energiewellen aus, die massive Störungen in Schildgeneratoren verursachen und Brände. Entfachen können. Sonneneruptionen können vorhergesagt werden. Und es erscheint 60 Sekunden, bevor diese stattfinden, ein Signal. Solange das Schiff innerhalb der Sonnenwelle bleibt, wird dessen Schildwert aufgehoben und regeneriert sich nicht. Oh. Schiffe, die von der Sonnenwelle getroffen werden, erleiden automatisch vier Brände und alle darin befindlichen Geschwader werden sofort zerstört. Alter Schwede. Ja, ähm... Dann fick dich. Hallo? Spiel? Hallo? Warum kann ich mich nicht mehr bewegen? Hallo, Spiel? Hätte ich nicht auf Pause machen müssen? Achso. Ich durfte nicht auf Pause machen. Ähm, ich hoffe, die Blase da... Warte mal, es ist, es reicht. Die Blase wird größer. Oh, 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 da kommt was. Cruising speed set. Engaging drive. Los. Ship ready. Riecht bei mir halt gerade hier voll die Panik aus. Diese Schiffe da alle reinpacken. Junge. Alt. Maschinen, stopp. 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 Und die Schweine kommen direkt auf uns zu. Frontwaffen aktivieren. Freies Feuer aktivieren. Ähm. Stopp. Du Horst. Ey, drehst du dich? Ich dreh nicht, dass ich dein Machine Spirit sonst wohin, du Horst. Alter. Willst du mich umbringen? Du kleines Stück imperiale Scheiße. Mann. Ich hätte diese Waffenschießen gerade nicht aktivieren sollen. Hier können wir gleich sehen, was passiert. Hier müssen die Schilde weggehen. Das heißt, wir müssten das doch eigentlich... Da geht's schon weg. Feuer an Bord. Hat sogar Schaden verloren. Müssen doch eigentlich nur auf Zeit spielen, oder? Oh, die Raumstation hat 18 Waffen. Und repariert sich sofort, der Schild. Okay. Okidoki. Schiff ready. Und ich auch. Feuer. Meuterei. Alter. Alter. Er muss weg. Seite schießen. Ich versuche, ich da irgendwie reinzukriegen. Alter, die Raumstation. Oh. Dies. Voll fett die Waffe. Schilde. Nee, wir müssen weg von der Station bleiben, ey. Weg von der Station. Die ist einfach zu hart. Frontwaffen, Feuer. Ich warte auf den nächsten Nebel, ey. Ist ja hart, ey. Die haben ein nächstes... Nee, das andere kleine Schiff lebt noch. Hier, einmal, bitte. Torpedo Power. Geht doch. Seitlich feuern. Seitlich auf ihn. Für den Emperor. Oh, Energie. Der will rammt. Alter. Frontwaffen auf ihn da. Oder seitlich. Wie ihr wollt. Alte Scheiße. Das will ich nicht. Da habe ich keinen Vorteil von. Du reparierst schon mal und komm da zurück. Reparieren und zurück. Aus der kurzen Distanz nochmal Torpedos. Der war zu kurz. Schade. Ah, ich habe nicht gedrückt. Ach komm, hier. Stasis. Halt. Da ist noch ein neues Schiff. Kommen wir zurück. Ich habe eigentlich gehofft, dass eine neue, noch eine Sonnenoption kommt, aber ich glaube, ich erinnere mich da. We wait your command. Your orders. Burn retros. Rear route power to retro propulsion. Schade. Die Feige-Taktik hat nichts gebracht, ne? Machine Spirit appeased. Aye, Admiral. Na, der will's wissen. Kommen wir noch mehr. Scheiße, und ich dachte, das war's. Es gibt keine Sonne. Oh, da, 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 da kommt eine. Da steht, ah, da ist ein Timer. Ich glaube, du bist nicht ganz drin, mein Freund, oder? Ups. Ich weiß nicht, ob wir alle drin sind. Rouse the engines. Wir haben sie diesmal irgendwie nicht getan. Kann das sein? Ich muss echt hoffen, dass wir alle drin sind. Rouse the power to retro propulsion. Oh, 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 oh. Mach Energie aus. Wir fliegen noch ein bisschen rein da. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Haben sich die repariert, die Station und so? Nö. Vielleicht, äh, wird die jetzt noch schwächer. Ich hoffe, die sterben hier. Ne, legt immer noch alles. Schade. Und, und. Stau. Stau. Der kann nicht mehr reparieren, ne? Ich glaube, ich werde noch ein, zwei Schiffe verlieren. Ah, die Station ist erreicht zur Heile. Was, das, der Arsch lebt immer noch, trotz Meuterei. Ich bin, das, der Arsch lebt. Die müssen doch alle mal sterben, verdammte Axt. Ey, da sind so viele Einheiten. Was willst du denn da machen, ey? Geh auf diese verfickte Waffenstation da. Ne, das wird nix. Ne, das wird nix. Ich glaub wir müssen hier auf Zeit spielen, das wird so nix. Hat da einer nicht den Jagdgeschwader? Wo bleibt die Sonneneruption, wenn man sie mal braucht? Eine Sonneneruption hätte ich noch gerne. Na, kommt da was an? Kommt da was an? Oh! Feuer am Bord. Bringt nichts. Jetzt haben wir noch so einen Kasten. Petto-Kasten hier, Mensch. Komm mal, Geschwader. Stasis-Bombe auf dich. Plasma-Bombe auf dich. Diese Station muss fallen. Sonneneruption, eine Minute. Alle Mann, halt! Danach muss ich alles, was ich habe, auf diese verfickte Station schicken. Meuterei! What? Äh, Mann! Das kannst du mir nicht antun! Sonneneruption! Sonneneruption! Los, ich brauche dich! Ah, der verpisst sich echt nicht, ne? Diese großen Schiffe vom Chaos sind so stark. Bitte jetzt diese anderen Dinger, dass wir nur die Station noch haben. Ich überlebe das doch nicht! Alle reparieren, was geht's? Das eine Schiff muss hier sterben, hier. Und das nervt mich jetzt schon. Ja, explodier doch da! Schade, hätte er noch nicht hier noch ein bisschen mehr Schild wegnehmen können. Ah, die gehen nicht ganz kaputt, das ist ärgerlich. Ey! Bleib hier drin, Junge! Energie, ausschalten! Oh, du irre Sau, du! Ich hoffe, du bist drin, denn ich bist tot. Alle drehen, ich brauche Torpedos. Bomber. Frontbewaffnung, Feuer. Scheiße, das ist noch so viel. Es ist so viel! Schade, fertig. Schiff ready. Damage team, begin repairs now. We serve. Your orders. Setting course. Man, das ist ja so hardcore, die Schlacht, ey. Die ist echt hardcore. Kann mir jemand sagen, was er will? Los, da müssen wir die Leute raufkriegen. Das ist der Nebel. Das ist unser Nebel. Der nächste. Ah, die kam nicht an. Feuer, Mann. Feuer mit deinen Torpedos. Meuterei. Jetzt oder nie. Gebt die Moral. Truppen rüber. Letzte Torpedos, komm. Dreh dich, Schnucki. Na, komm, komm, komm. Ach, du Kacke, ey. Weg, 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 weg da. Scheiße. Wer lebt auch noch? Das Schiff haben wir auch verloren. Alter Schwede. Meine ganzen Schiffe. Repair, Mann. Feuer. Ey, was der ballern kann? Nee, ab da in den Nebel rein. Ab in den Nebel. Ah, der versteckt sich auch im Nebel, diese Dreckshufe da unten. Da auch. Nee, das ist keiner. Du bist ein bisschen weiter, dass wir noch schießen können. Und... Alter. Burn Retros. Was war denn das Schiff vom Spire? Ich glaub, das hier, ne? Alter, das muss überleben. Wir haben zu viele verloren. Your orders? Ey, warte mal. Hab ich irgendwo Verstärkung bekommen, den, ne? Weil ich hab hier Signale. Nicht, dass die jetzt auf der Karte nicht sehen. Und dann sind sie hier irgendwo unten und brutzeln sich gleich einen weg. Ah, der andere ist im Asteroidenfeld. Nein, ist er nicht. Wir haben keine Stasensbombe mehr oder so. Schade. Ey, bleib hier weg. Sonnenorruption. Gib doch mal Gas. Nee. Gib kein Gas. Auf nichts kann man sich verlassen heutzutage. Auf nichts. Der ist drin, ne? Oh, wir haben ihn noch erwischt. Ja, komm. Flieg mal in Richtung. Flieg mal in Richtung Torpedo. Ich hab dir vorbeigeschossen. Oh mein Gott. Heinrich, du Horst. Oh, jetzt ist der Blitzschlag kaputt. Meuterei. Trotzdem weiterschießen. Feuer frei. Feuer, Feuer, Feuer. 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 Der kommt noch mal wieder. Gut. Beidrehen. Frontwaffen wechseln. Oh, es sind immer noch zwei. Die kriegst du einfach nicht tot, dieses scheiß Dreckschaos. Nachladen. Das sind auch wieder Kreuzer. Das sind auch wieder Kreuzer. Meuterne Crew. Haben wir gerade einen Tuck gemäutert. Die sind aber schon halb tot. Na los, Jungs. Wir kriegst er. Nein, zu spät wieder. Oh, Mann. Nochmal ein Blitzschlag hab ich nicht mehr. Krieg ich da keinen Blitzschlag hin, verdammt. Seitlich bitte. Jetzt hat er sich getarnt. Das darf nicht passieren. Zurück. Zurück. Das ist erstmal das eine da alleine sein. Wir müssen erstmal den getarnten killen. Dann müssen wir erwischen. Das ist ein Schild aber schon wieder oben. Oh, hab ich dich ausversehen gerammt? Das tut mir aber leid. Ich hab schon so viel Schaden kassiert. Ach, das war Spire, ich Horst. Genau das sollte man mit dem Spire nicht machen. So, du musst den da suchen. Changing course. We serve. Your orders. Oh, der ist halt der Fall auskübelst. der kerl we serve cruising speed set einmal torpedos hast du noch schade das zeichen war zu kurz einfach mal melder hinterher schicken boah ey dieser kampf macht mich fettig ja sonneneruption jetzt teilt er uns auch noch fantastisch ich hoffe da wird das müssen gegrillt na los sonne komm schneller mhm der fliegt rein dieser wichsfrosch fliegt rein schieß den schild nochmal runter ne der fliegt der bleibt drin na komm flieg raus sei mutig ne das ist ja getarnt diese sau ich glaube das wird jetzt so die längste schlacht die ich hier gespielt hab bisher also ich hoffe dass er aus dem nebel raus ist schnell spy hinterher schicken tja da habe ich mich geschnitten da ist er wieder nein warum dreht er sich so rum wunderbar truppen sind drauf jetzt macht das schifter fertig ich glaub wollte ich eigentlich nicht target locked in reporting successful boarding action damage team beginn auch feuer verursacht aber wir haben da noch kaum leute ey hallo ist hinterher da das kleine pups schifter was ist das überhaupt da ein kreuzer leichter kreuzer hellbringer du musst doch mal sterben das gibts doch nicht hier du fährst hinterher genau machst noch Frontwaffen die letzten truppen wollen einfach nicht verrecken da ne ey du kannst mit deinen Frontwaffen gerne mal schießen oder sind die im Arsch das kann durchaus sein warum schießt er nicht mein schild geht kaputt das ist für keine Hilfe ich bin bereit ich habe keine Hilfe hallo warum hat er jetzt Neun wenn er auf einmal ich hab da nicht gerade nur ein gehabt hauen wir da mal ab ja kommen wir mal entgegen nicht durch Astroidenfeld course engaged your orders we wait your command na komm warum mach ich das nicht gleich so na komm hast du auch keine Frontwaffen mehr oder was er ist auf kurzer Reichweite ok das hab ich jetzt nicht gewusst oh das gibt's nicht dieses Dreckschiff da hat schon wieder Schilde aber schießen tust du noch ne naja außer Reichweite fliegt bestimmt sonst wo hin anstrengend anstrengend diese Runde richtiger Krampf wo drehe ich noch ein bisschen damit du da weiter drauf schießen kannst oh Junge das dauert und ich hoffe du bist jetzt nicht hier irgendwie im Nebel drin du Feind da hab ich jetzt keinen Bock drauf endlich endlich die Plattform im Eimer ich hab jetzt eigentlich auf ne Explosion gehofft die irgendwie nicht kommt diese Sau war bestimmt wieder im Nebel hat sich auch erholt und ich weiß auf jeden Fall nicht wo der Arsch ist na geh oh der ist schon da Spire Spire Sprung Hallo du kleine Mistgeburt zeitlich feuern Blitzschlag Feuer Los Spire mach ihn Ballert Alter braucht doch nicht mehr viel der braucht doch echt nicht mehr viel bitte sei das letzte Schiff Mission erfüllt Das ist nur eine Admirale die Konfliktzone ist uns und die Battlestation Inert Ich vermute dass keine Signifikante Operationen hier wurden in ein Zeit mit jedem Passing Moment das fühlt mehr wie ein Trapp auf der Leicht sie wussten wir kommen Entschuldigung Commodore Ich kontakt Lord High Admiral Drang Da muss ein Spie in der Admiralty Ich habe no doubt Drang weiß wo Oh Gott, ey. Na gut, so ein kleines Schiff hier, naja. Das ärgerliche war, ist auf jeden Fall, die waren fast alle, die waren sehr, die haben sehr viel Erfahrung gehabt, ne? Und damit einen sehr guten Buff eigentlich gehabt. Die Mars-Erkundungsflotte hat sich da säbelt. It is as flattering as you might wish. Still, these are desperate times, and I have little choice. Lord High Admiral Drang is dead. Dead? You are certain? I placed the shot with care. Drang was a traitor, an agent suborned by the thrice-cursed Alpha Legion. He has played us all for fools, and you more than any, Admiral Spire. His command is yours. His rank is yours. I'm sure you will prove your loyalty. One way or the other. Neue Flotte wäre echt toll. Scheiße auf Ruhm, ey. 1000 Ruhmpunkte. 400 Ressourcen erhalten. Diese 400 Ressourcen decken nicht meine Verluste. Bei weitem nicht. Drei Schlachtpläne erhalten. Ab sofort kann... Ach, so eine Eruption hat sich entstanden. Ah, wir können jetzt hier so Inquisitionsflotten machen, oder was? Könnten wir aus dem Feuer? Ja, konnten wir. Hehehe. Hi Admiral Spire. Ich habe einen Sieg. Nein. Das ist Ihr Bedarf, mein Herr Inquisitor. Ich habe das Ihr Schild. Rezieht mit den Verkaufeln von Herzen wie Commander Dante und Captain Abradal. Ich kann es nicht helfen, aber mich nicht entschuldigt. Your stewardship of the Agrippina leave much to be desired. My agents have uncovered a mountain of false reports. They conceal evidence of Xenos slave raids on isolated outposts and fringe worlds. No, officer under my command would... Let us hope not, but you will put an end to this Travesty at once. Prove yourself worthy of the office entrusted to you. Purge the Xenos from this sector, High Admiral. ist das jetzt ein anderer sektor oder was haben wir jetzt einen neuen zu bekommen achso ist jetzt noch alles hier drin warte mal ja einmal den hier gibt es die mission und den ja das wird jetzt auch wieder zäh werden weil wir jetzt einfach keine flotte mehr haben unsere hauptschiffe sind im arsch aber das können wir nächstes mal erklären das video geht schon verdammt zu lange es tut mir leid ich habe die letzte schlacht überschätzt und ja die videos müssen auf jeden fall kürzer werden das ist einfach zu lang und ich werde das video jetzt auch nicht teilen das schneiden ne ne gut ich hoffe es hat euch gefallen wenn ja gibt mir gerne mal ein like einen kommentar oder ein abo unterstützt bruder heinrich für den imperator haut rein bis zum nächsten mal ciao